Hallo und herzlich willkommen zurück zu eurer neuen Folge Cyberpunk. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. So, das Rennen haben wir in der letzten Folge beendet, das Finale und wir haben Claire die Rache versprochen. Und jetzt, äh, ach nee, ja genau, und, äh, ja, Samurai haben wir eigentlich so mehr oder minder halt wieder vereinigt. Und jetzt geht es weiter, denn ich möchte jetzt die Missionen machen. Ja, Judy, warte auf den Anruf. Achso, warte auf den Anruf von Judy. Oh, okay. Wenn wir nicht, dann machen wir mit, äh, Easy weiter. Warte auf den Anruf. Ja, gut. Warte mal. Haben wir eigentlich neue Gegenstände, die wir uns anziehen können? Nö. Nö. Jetzt verlegen es einfach mal. Da ist was Besseres dabei. Das ist das ikonische. Ah, 136 Panzerung. Ah, die vier Panzerung machen jetzt in den Kohl jetzt aber auch gar nicht fett. Gut. Jede, jede, jede Menge neue Waffen. Doppelläufige Schrotflinte. Und, äh, ja, nö. Gibt es was Neues an einer Maschinenpistole? Die ist legendär. Auch nicht. Handfeuerwaffe? Wahrscheinlich nicht. Okay. Dann, zerlegen wir die mal. Den Quasar. Ach, jetzt habe ich hier einfach alles. Aha. Und natürlich keine ikonischen Items. Gibt uns wieder jede Menge Komponenten, die wir weise einsetzen können. Vergoldeter Baseballschläger. Ja. Gut. Ist erhobt. Da wollte ich was nachherhobt haben. 60% mit Johnny. Hui. 60% mit Johnny. Alles klar. Okay. Schnellreisefunktion. Und... Knappner. Komponenten. Komponenten. Lizzy, Wizzy. Ja, mal gucken. Was hat sie denn jetzt? Was hat sie denn jetzt wieder zu krähen? Lizzy, was zum... Oh, fuck. Daher die Eile. Ah ja. Wie, ich... Ich war wütend und... Hab ihn geschubst. Diese verdammten Arme. Diese Hände. Mein Gott. Wachst du manchmal mitten in der Nacht auf und weißt für einen Moment nicht, wer du bist. Scheiße. Der Typ ist zerfetzt. Oder du denkst, du bist nicht wirklich du? Ja. So... So fühle ich mich die ganze Zeit. Jede Sekunde. Leer. Hilflos. Ich kann nichts mehr sehen. Nichts erschaffen. Und jetzt hab ich... Ich wollte nur Schluss machen. Ihm sagen, dass er verschwinden soll, aber ich... Ich weiß nicht mal mehr wie und wann ich... Du hast ihn erwürgt, Lizzy. Langsam. Seine Wirbelsäule zerquetscht. Ich war wütend. Muss die Kontrolle verloren haben. Ja, Liam hatte Angst davor. Was passiert ist, ist passiert. Er hat es nicht anders verdient. Ja, auf der anderen Seite... Auf der einen Seite wollte er, äh... Ja, quasi ihre Seele kopieren und ein bisschen modifizieren. Weil er sich Sorgen gemacht hat. Joa. Das ist natürlich hinter ihrem Rücken. Deswegen ist es so zwiespältig. Also hatte Liam nicht ohne Grund Angst vor dir. Das war ein Versehen, verstehst du? Ich wollte das nicht. Mag sein. Macht für ihn aber keinen Unterschied mehr. Also geht's um die Leiche? Deshalb hast du mich gerufen? Ja, ich... Die Medien dürfen davon keinen Wind kriegen. Das wäre... Oh. Was ist? Sie würden das lieben. Eine Geschichte über das Verlangen, die Persönlichkeit eines anderen Menschen zu besitzen. Eine dunkle Mahnung, dass jeder nur ein Haufen Beiz ist und kopiert und reproduziert werden kann. Lizzie, wach auf, verdammt. Was ist jetzt mit der Leiche? Mir egal. Schaff sie irgendwo hin und verbrenn sie. Ich bezahle. Oh. Sollen wir das machen oder sollen wir das nicht machen? Auftrag ist Auftrag. Wobei... Sie darf damit natürlich auch nicht umgeschauten. Oh, ist das wieder so zwiespältig. Gut, mach ich. Und du kannst beruhigt schlafen. Schlafen? Nein. Ich brauch keinen Schlaf. Danke, Liam. Auch wenn du es nicht weißt. Du hast mir etwas Wundervolles geschenkt. Wovon zum Teufel redest du? Geh wie. Na los. Und nimm ihn mit. Jemand. Jemand sollte dich untersuchen, Lizzie. Checken, ob mit dir alles in Ordnung ist. Jemand, dem du vertraust. Mir gefällt, was mit mir passiert. Es war schön, dich kennenzulernen, V. Und jetzt geh. Na gut. Judy! Ey, wie. Michael hat angerufen. Vor Sonnenuntergang. Vor dem Megatower. Kommst du vorbei? Natürlich. Dann sehen wir uns. Okay. Gut. Da haben wir natürlich den versprochenen Anruf. Oh. Da haben wir einen Lämmlaufstieg. Einen Vorteilspunkt verfügbar. Wo investieren wir den denn? Vielleicht nochmal in Kampfmaschine? Oh, nö. Können wir noch was in den Tisch packen? Es ist eine Lämmlaufstieg. Und wir haben einen Lämmlaufstieg. Dann bringe ich mich zum Megagebäude, mach ich doch. Schnell Reisepunkt und ab zum Megagebäude. Naja, was auch mal wieder richtig hinsetzen. Warte, ein bisschen weiter. Na klar, ist kein Problem. Chill ein bisschen weiter. Oh. Hey, für den Gig ist alles geritzt. Heute Abend im Red Dirt. Hast du mit Carrie gesprochen? Er macht keinen Rückzieher oder so. Nein, auf keinen Fall. Er ist total gehypt. So habe ich ihn seit den Silverhand-Tagen nicht mehr gesehen. Du konntest Danny nicht überreden? Nein. Hab alles versucht, aber nein. Na gut, dann bis heute Abend. Um deine Gitarre musst du dich nicht kümmern. Hab das Equipment schon zusammen. Alles klar, aber das hat uns jetzt die Mission wieder weggefuckt. Ah! Fuck! Scheiß Spiel! Das kann keiner gewinnen! Fick doch auf mich! Hey V! Bereit? Bist du nervös, Tom? Woher weißt du das? Naja, du machst sowas zum ersten Mal. Sieh es so. Du machst, was eine Poppe tut. Nur mit einem anderen Programm. Das kannst du gut. Schön, dass du mitmachst. Hab viel drüber nachgedacht. Ihr hattet recht. Manchmal ist das einzig Vernünftige ein Tritt in die Eier und ne Kugel zwischen die Augen. Weißt du, wie ich an Hiromi rankomme? Ich hab den Bauplan. Ich weiß, wie wir es machen. Nicht ganz genau, aber das Penthouse geht klar. Am besten gehst du über die Wartungsebene rein. Da gibt's einen Weg. Denk dran, den Verhaltenschip einfach machen zu lassen. Du wirst keine Zeit haben, Entscheidungen abzuwägen. Folge deinem Instinkt. Wenn du nur eine Sekunde zögerst, kann das dein Leben kosten. Alles klar? Und wo steckt Maiko? Trifft sich mit Hiromi, damit keiner was merkt. Sie sorgt dafür, dass er bleibt, wo er ist. Okay, gehen wir rein? Ziehen wir es durch. Ja, dann machen wir auch, dass sich das Ganze vernichtet rein. Wie ist das denn? 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 Ihr beide geht gleich nach uns rein. Direkt zum Clouds. Wird auch langsam Zeit. Pass auf. Da könnten Leute sein. Ja. 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 Verlink dich mit der Steuertafel auf der anderen Seite. Kannst du sie ausschalten? Oh. Ach, da hat er mein Ding. Ja. Schön. Äh. Äh. Ach, da hat er mein Ding. Ach, ja. Schön. Äh. Wir ziehen uns erstmal ein fetten Breach-Protokoll rein. Äh. 55. 67. Wo bist du hin? Wir ziehen uns an der Steuertafel. Jetzt reicht's. Ist da jemand? Wir schaffen uns an der Steuertafel. Tschin, tschin, tschin. Und dann? Sind alle schon auf Position? Tom und Roxy sollten schon beim Cloud sein. Auf Maikos Signal geht's los. Sie kümmern sich um die Sicherheitsleute, du um Hiromi. Aber zuerst musst du ins Penthouse rein. Kannst du dich reinhacken und mich ins Penthouse bringen? Ich dachte, ich könnte es, aber das wird leider nichts. Du musst es allein schaffen. Kommst du nicht mit? Allein ist es weniger wahrscheinlich, dass sie dich entdecken. Außerdem bin ich hier nützlicher. Wenn sie Alarm schlagen, kann ich den aufheben. Okay, bin unterwegs. Fahrstuhl ist auf der anderen Seite. Vorsichtig. Roger, roger. Wie sieht's aus? Wir sind drin, im Clouds. Wer übernimmt welche Etage? Ich übernehme unten. Tom geht hoch. Wir sind soweit. Schön. Das Ganze wieder mal. Schön. Oh. Oh. Ah. Okay, bin auf dem Dach. Spring auf dem Balkon. Aber pass auf, okay? Ah. Ich komm später. Ich sag doch, ich hab scheiße viel zu tun. Auf mein Zeichen. Los! Ich wicke ein scheiß Abendbrot. Alles was du kochst schmeckst, sowieso nicht. Machen wir doch nochmal ein Breachy. So is das mit dem Bons? Nein, ich habe ihn nicht. Ich habe einen Keuchst. Kommen die dich nicht. Mach das. Oh, ich bin. Ein Keuchst. Ich bin noch nicht. Ich bin noch nicht. Ich bin noch nicht. Was ist denn was da denn? Hey, hast du schon von Tektronikas Freefall-Modul gehört? Ja. Und? Der CEO will es persönlich testen. Im Grand Canyon. Na klar, wir stecken Krieg in der Linie. Reinhardt der Erste. Komm raus, du feige Sau! Zeig dich! Die haben Alarm geschlagen. Da habe ich auch ein Wörtchen mitzureden. Fuck! Stockwerk ist sauber! Ich hab sie getötet! Alle getötet! Ich auch! Geh zur Überwachungskamera vor dem Sicherheitsraum. Komm, Miets, Miets! Lass uns spielen! Komm, Miets, ich habe eine Lappe! Noch nicht. Sie können zwar nicht mehr eilen, wir sie ist deshalb so schnell struggling. Gefängnienk-Rappen-Tonikaschump. his-Tonikasch-Kons-Kons-Kons-Kons-Kons-Kons-Kons-Kons-Kons-Kons-Kons-Kons-Kons-Kons-Kons-Kons-Kons-Kons-Kons-Kons-Kons-Kons. Da bist du ja endlich. Ich dachte schon, du schaffst es nicht. Immer dasselbe. Weil man kann man's einfach nie recht machen. Und dir ist besonders charmant. Ich mag sie auch nicht. Zu eifrig. Ich wollte keinen Alarm auslösen und hab's leise durchgezogen. Ein Jahr später. Bringen wir es hinter uns. Warum sind da drei Leute? Was hat sie vor? Das ist unser Ziel. Hiromi Sato. Was ziehen die sich rein? Eine Demo der nächsten Spitzenpuppe des Clouds. Von mir persönlich ausgewählt. Die Glückliche wird Evelyn ersetzen. Hoffe, sie ist klüger. Und wer sind die zwei? Das Publikum für unsere heutige Präsentation. Hiromi ist ihnen direkt unterstellt. Und jetzt werden sie sehen, wie er drauf geht. So war das nicht vereinbart. Sieh mich an. Siehst du das? Das Gesicht sagt, keine verfickte Überraschung. Ich renne die Claws. Für die ist Macht gleich Stärke und Rücksichtslosigkeit. Es ist der einzige Weg. Maiko! Ich hol sie gleich raus. Sie werden nach dem plötzlichen Erwachen nicht glücklich sein. Eine Show endet, eine andere beginnt. Genauso gut und unvergesslich. Kapiert? Maiko, in unserem Plan kamen keine Zeugen vor. Wir wollten denen doch Macht demonstrieren. Das braucht ein Publikum. Ich weiß besser als jeder andere, wie das enden muss. Vertrau mir. Ich bin das durchgegangen. Oft genug. Das gefällt mir überhaupt nicht. Zu spät für Zweifel. Tom und Roxy haben ihren Teil erledigt. Eure Puppenrevolution ist in vollem Gange. Entweder wir untermauern sie und gewinnen. Oder alles war umsonst. Du meinst, du willst Herr Romy ersetzen? Mhm. Selbst wenn du dich dafür den Tiger Claws anschließen musst? Scheiße. Wie sonst soll ich das Clouds vor anderen Gangs beschützen? Mach dein Ding. Na ja, sie ist keine Parker. Hey, was ist hier los? Wer ist das? Der Lebende beweist, dass Satos Zeit vorbei ist. Diese Söldnerin hat die Kunden des Clouds schon einmal gestört. Sie hat Oswald Forrest umgebracht. Und nun ist sie in Mr. Satos Privatresidenz eingedrungen. Als wäre das nicht genug, ist es obendrein das, wohin Heromys Inkompetenz uns geführt hat. Moment. Was zum Teufel? Ich beobachte Heromys Atos sinnlose Bemühungen schon lange. Aber das... Ich glaube, es ist offensichtlich, dass seine Zeit abgelaufen ist. Wie? Scheiße, was tut sie da? Das Clouds braucht ein neues Management. Verstehe ich das richtig? Warte, Maiko. Ich glaube, du übertreibst ein wenig. Wie ich sehe, sind nicht alle einverstanden. Wie? Du musst die erledigen! Dafür sind wir doch hier! Die Puppen im Clouds erklären sich unabhängig. Sie werden den Club von jetzt an alleine führen. Wie? Überlass mir das reden. Die Tiger Claws bekommen einen Umsatzanteil, aber halten sich aus dem Management raus. Aufhören! Sofort! Ich habe alles unter Kontrolle. Du hast ja nicht mal deine Söldnerin unter Kontrolle. Hiromi wird für seine Inkompetenz bestraft. Später. Und du wirst dich für diese Anmaßung verantworten. Jetzt werde ich tot... Gott! Merke das für unbastig... Wie? Was zum Teufel hast du dir gedacht? Hast du eine Ahnung, was jetzt passiert? Und ob ich die hab. Entweder du verziehst dich aus dem Clouds und kommst nie wieder. Oder ich mach dich gleich kalt. Hier und jetzt. Hm. Du hast alles sorgfältig geplant. Vergiss dabei aber eins. Ich hab auch einen Puppenchip. Ich hoffe, das war jetzt alles so in dem Sinne. Tom und Roxy sind draußen in Sicherheit. Ihnen ist niemand gefolgt. Ihr runter auf die Straße. Warte bei den Imbissständen. Fuck. Das hätte ich kommen sehen müssen. Sie hatte das von Anfang an geplant. Schon als wir in ihr Büro kamen. Gott, ich bin so blöd. Ach, komm, Judy. Du wolltest nur daran glauben, dass die Leute etwas Gutes wollen. Du willst es. Das muss ich nicht mal glauben. Ich weiß es. Danke. Wir sehen uns, Vi. Wir sehen uns, Judy. Wir sehen uns, Judy. Ich hoffe, ich habe es nicht versaut. Ich hoffe, ich habe es nicht versaut. Okay. Ich hoffe, ich habe eine Nachricht. Gut, wir haben sogar noch ein Level abbekommen. Ich nehme noch ein bisschen Panzerungswert noch mit. Gut, wir schauen aber ganz kurz nach. Gibt es hier wieder irgendwas tolles, neues, wunderbares? Wahrscheinlich nicht. Okay, dann zerlegen wir es einfach mal. Selten, selten, gewöhnlich, ikonisch. Selten, selten, gewöhnlich. Ikonisch. Oh, eine Hose, die besser ist. Die viel Panzerungswerte mache ich mir jetzt nicht ins Hemd. Das ist aber ganz nett. Gut. Ähm. Ja. Das heißt, als nächstes hätten wir jetzt... Begibt sich zum Red Dirt. Gut. Dann gucken wir mal hoch. Ach, du bist es. Vielen Dank nochmal für die Rettung. Die letzte Licht keine Rettung war. Guter Absicht den rechtfertigen niemals Mord. Bitte. Lass uns in Frieden. Klar. Und gern geschehen. Undankbar. Undankbares Volk. Gut. Dann wollen wir... ...dann doch nochmal, äh... ...dann doch nochmal, äh... Alles nicht zu tödlich. So, 300 Meter. Die sprinten wir mal eben schnell. Und dann lassen wir die Party einfach mal so richtig krachen. Hoffentlich. Oh! B-b-b! Mama! I-hoo! B-b-b! Ich glaub, die Gute kann nicht von uns loslassen. Wir schauen mal eben, dass wir es nach was Fahnen beschrieben wird. Hallo! Hey Vee, wie geht's dir alles in Ordnung? Ich hoffe du hast schon Fortschritte gemacht mit diesem Begriff. Vergiss nicht, dass du Freunde hast, okay? Dass du mich hast, dass du mich hast. Halt mich auf den Laufenden, wie es bei dir ist. ! Halt mich auf deiner deben hier, wo es mit Caporenartüffen geht, Halt mich recht fest. Ich roof mich viel mal, es fällt, warte um mich rein. Da ist das hier an der Frauenklafly mit Trommegang. Okay, weiter geht's. Das kleine Intermezzo auf der Straße. Auf dem Fall haben wir jetzt einen Schnellreisepunkt. Wie? Ich hab was für dich. Falls du es nicht wissen solltest, die hat mal Silverhand gehört. Fuck, Nancy hat's echt drauf. Flüster hier einfach mal Mikoshi ins Ohr, dann sind wir fein raus. Ah, und du bist? Wie? Ich war doch bei Danny. Ah, klar. Der Scheiß war echt krank, oder? Scheinst ja heute in Top-Form zu sein. Ja, Mann. Carrie hat mich versorgt. Hat dich nur aus dem Entzug geholt, oder? Mhm. Aber mit dem Scheiß hab ich eh abgeschlossen. Carries Stoff ist viel besser. Pur wie Gold. Was war das zwischen dir und Danny? Also bevor du ihren Pool mit Beton gefüllt hast? Sie... sie hat mich im Stich gelassen. Ich war am Ende. Wär fast auf der Straße verreckt und sie hat mich wie Dreck liegen lassen. Danke, dass du den Gig organisiert hast. Ach komm. Carrie konnte sich ohne mich nicht mal am Arschloch kitzeln. Silverhand war sicher nicht anders. Ach, schlimmer. Carrie hat wenigstens getan, was ich wollte, ohne mich zu nerven. Aber davor hatte Danny sich oft um dich gekümmert. Ja. Hatte wohl keinen Bock mehr. War nur ein beschissener Zeitpunkt. Sie haben mich wiederbelebt. Aber Danny war weg. Ihre Freunde haben mich ignoriert. Als wäre ich unsichtbar oder tot. Wo ist Carrie? Sollte gleich hier sein. Er meinte, du spielst wirklich gut? Ich hoffe, das stimmt. Gib nämlich keine Generalprobe. Klar. Wollen die Menge ja nicht enttäuschen. Ganz ehrlich. Ich weiß gar nicht, was das für Leute sind. Laufpublikum. Carrie wollte nicht, dass das die Runde macht. Naja. Das wird sich noch zeigen. Meinst du, die Medien haben Wind bekommen? Garantiert. Hyänen. Mach dir besser um Dannys Ersatz sorgen. Carrie hat Drowsen von Cutthroat an Bord geholt. Hab ihn schon spielen gesehen. Und? Hat er was drauf? Er ist okay. Okay halt. Du bist das Überraschungspaket. Pillenzeit. Sei unauffällig. Und wenn ich wieder Blut spucken muss? Reiß dich zusammen. Das ist Carys große Nacht. Hab das Gefühl, Nancy glaubt, ich kann nicht mit ihnen mithalten. Naja. Zurecht. Gut. Du bist bereit. Du bist bereit. Viel Spaß. Wir sind uns. Ah, drehen wir auf. Da bist du ja. Das ist Drowson. Von Cutthroat. Hey, bin ein riesen Fan. Du auch? Hab alle Alben, ich mein, ich hab nie gedacht... Tchum, Tchum. Siehst wie du nur ein Fan. Wenn du mit nem Star reden willst, red mit mir. Und hör auf zu zittern. Ich glaub, ich zittere fast noch schlimmer. Lampenfieber oder meinetwegen? Fick dich. Hab dich auch vermisst. Also gut, ziehen wir's durch. You're done. Carrie! Carrie! Oh, my Carrie! Komm schon, Johnny. Können wir endlich loslegen? Ja. Oh, die schaden. Och, die schaden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Was denn? Ich war richtig aufgeregt vor dem Auftritt. Als hätte ich was zu beweisen. Mir, dir, wem auch immer. Aber ich hatte einfach nur Spaß. Mehr nicht? Würdest du das nochmal machen? Nein. Das war genug. In dem Fall, hier. Nimm. Als Andenken. Bist du sicher? Ohne dich spiele ich nicht. Wäre einfach nicht dasselbe. Ha. Netter Versuch. Aber ich spiele auch ohne dich. Johnny! Er ist weg, oder? Ja. Aber er kann dich noch hören. Danke. Aber ich bin nicht in der Stimmung für schwebende Tische und Stimmen aus dem Jenseits. Vielleicht solltest du das besser an dich nehmen. Ach, mir war der Gig. Ziemlich geil. Samurai war wie neu geboren. Schade, dass ich's verpasst hab. Naja, kannst ja mich live sehen. Was für ein schönes Geschenk. Damit wollte ich Johnny erschießen, als er bei mir eingebrochen ist. Mit anderen Worten, mich. Ja, und davor... Ach, vergiss es. Cool. Fühl mich, als wär ich nach 50 Jahren Schlaf endlich aufgewacht. Dann mal zurück an die Arbeit. Pass auf dich auf, Vi. Wir bleiben in Kontakt. Wie fühlst du dich, Vi? Nicht zu fassen, dass dieses Arschloch Carrie dich hängen gelassen hat. Musste wohl dringend was erledigen. Schreibt sicher schon an seinem nächsten Song. Das wolltest du doch, oder? Dass es ihm besser geht. Besser, aber nicht so gut. Johnny, verlass mich nie wieder. Ohne dich kann ich nicht leben. Na, ein bisschen davon hätte nicht geschadet. Ich hoffe, das war das letzte Mal. Viel mehr ertrag ich nicht. Ich auch nicht. Und ich bereue schon fast, dass du überhaupt eingewilligt hast. Ich hab doch tatsächlich ein Danke-Wie erwartet. Du meintest, das wäre dir wichtig. Für Carrie. War es, aber nicht wichtiger als du. Carrie hat sein Leben zurück. Dabei sollte ich mir Sorgen machen, je wir deins zurückholen. Gehen wir. Ja, mission accomplished. Juhu. Ja, saugeile Aktion. Saugeile Stimmung. Saugeile Musik. Killing in the name. Mein Gott, was kommt denn jetzt eigentlich alles hier? Achso, okay. Alles klar. Dann würde ich sagen, wenden wir das hier an dieser Stelle. Und ja, bedanke mich fürs Zuschauen. Und ich erwarte euch morgen wieder um 18 Uhr zu Cyberpunk. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Vielen Dank.